Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Disney Plane 2 in meinem Einsatz. Ja, im letzten Part haben wir Auto über Bord, das heißt Adrenalin-Junkies aus dem Fluss gerettet, die sich ein Wasserfall runterstutzen wollten. Ja, auf sowas muss man mal kommen als Auto. Die wissen nicht, dass sie sinken. Das glaube ich jetzt erstmal so. Und jetzt machen wir weiter mit Perfekter Sturm. Ja Leute, betreten wir es gleich. Erfülle die Mission in weniger als 8.15, um die Goldmedaille zu bekommen. Das ist für uns wahrscheinlich nicht allzu möglich, aber wir werden trotzdem unser Bestes geben. Vielleicht klappt es ja diesmal. Wer weiß. Naja, schauen wir da einfach mal rein. Kommt sofort! Wir haben Hinweise über ein Feuer bei der Südmine erhalten. Die Flammen breiten sich schneller aus, als du blinken kannst. Du hast sie gehört. Aufladen alle. Kropoppa, lass uns mal hinfliegen und einen Blick darauf werfen. Erkunde das Feuer der Südmine. Okay, erstmal in die falsche Richtung geflogen. Aber macht nichts. Oh, die Jetstreams sind back. Oh, das finde ich doch mal genial. Aber ich verfehle die alle. Hier, echt alle. Kommt, den nächsten treffe ich. Ey, das war doch getroffen. Leute. Das war getroffen. Jetzt sagt mir nichts Falsches. Basis, hier ist Kropoppa. Ich sehe Flammen vom Mineneingang kommen. Es brennt definitiv da drin. Okay, Kropoppa. Zuerst musst du versuchen, die Flammen am Austreten der Mine hindern. Und der... Zuerst musst du versuchen, die Flammen am Austreten der Mine verhindern. Oder aus der Mine ver... Musst du die Flammen am Austreten aus der Mine hindern. Stimmt. Dann sprühe Wasser auf den Mineneingang, um das Feuer zu löschen. Sorry, Leute. Geschafft! Hä, wie geschafft. Ich muss das Feuer löschen, okay? Den haben wir gelöscht. Und... Wen noch? Den? Hm. Ja, wahrscheinlich. Okay, ab zur nächsten Wasserquelle. Die dürfte... Die hier oben sein. Da sind wir echt so angestellt, aber beim Lesen. Mamma mia, was ist denn los mit mir? Ich glaube, ich muss mal länger schlafen, Leute. Aber naja, wir haben Ferien. Pfingstferien. Ja, Leute. Wir haben heute Anfang der Pfingstferien. Wir haben noch nicht mal Pfingsten. Wir haben erst Samstag. Das heißt, ich werde ordentlich aufnehmen. Ich werde wahrscheinlich auch ordentlich viele Projekte im Voraus aufnehmen. Damit, wenn ich... Wenn Splatoon rauskommt, ich mich voll und ganz auf Splatoon konzentrieren kann. Gut. Und die anderen Projekte einfach nur nebenbei noch mit Hohl lade. Crop Hopper an Basis. Das Feuer aus der Südmine ist gelöscht. Du machst das wie ein Profi. Tolle Arbeit. Ja, und dann kommt ja auch bald Lego City an... Äh... Lego Jurassic World raus. Das wird dann auch Let's Blade. Basis an Crop Hopper. Es gibt Hinweise, dass sich Flammen aus der Brücke nähern. Du musst sie löschen. Schnell. Aber irgendwie geht es nicht. Einfach vorlesen und selbst Sachen da sagen. Das funktioniert mir nicht allzu gut. Aber... Ja, wie gesagt. Lego Jurassic World wird ja auch bald Let's Blade. Und ich hab mir gedacht... Ja, mach ich zuerst mal alle anderen Projekte hier im Voraus. Dass ich sie dann einfach nebenbei mit hochladen kann. Und mich dann wirklich auf die Projekte konzentrieren kann. Die dann neu rauskamen. So, zum Beispiel Splatoon. Oder Lego Jurassic World. Weil kommt ja auch Yoshi's Volley World raus. Was ich auch Let's Playa. Und zu allen dreien hab ich auch Infovideos gemacht. Zu Splatoon nicht. Aber da hab ich ja die Global Testfire Demo sozusagen als Infovideo genommen. Weil es waren ja 6 Parts geworden. Heute kam der 2... Ähm... Ne, nicht der 2. Der 5. raus. Und morgen, also am Sonntag, kommt der 6. Und vorher das letzte raus. Ich hab gesehen... Am Morgen, also heute Nacht, zwischen 0 bis 1 Uhr, wird es nochmal eine Demo geben. Die werde ich ja auch spielen. Und euch meine Eindrücke aus dieser dann auch noch mitgeben. Ich werd's dann wahrscheinlich noch diese Woche hochladen. Ne, nicht diese Woche. Nächste Woche. Bevor das Spiel rauskommt. Damit wir dann noch ein paar Einblicke mehr haben. Und dann, wenn das Spiel rauskommt, machen wir ja vorerst erstmal nur Multi... Äh... Singleplayer. Und die Challenges. Und danach kommt dann immer noch Multiplayer. Sozusagen als endlos Projekt. Wie bei Mario Kart 8 Online auch. Wobei ich merk grad, Mario Kart 8 Online hab ich eigentlich selten gemacht. In letzter Zeit. Ah, das sollte mal wieder. Komm einmal. Obwohl ich denke, Mario Kart 8 200 CCM... Ja, lass mir erstmal Mario Kart 8 200 CCM. Und der Online-Modus kommt dann später irgendwann mal wieder. Jawoll. Kropoppa, mach das Feuer aus, bevor es den Campingplatz erreicht. Okay, da oben. Aber erstmal wieder Wasser aufladen. Füllen. Ja. Perfekt. Gut. Und das Feuer hier oben jetzt bitte schön löschen. Danke. Warum zieht der eigentlich so eine Luftlinie an der Seite? Der ist doch gar nicht so schnell unterwegs, oder? Oder irre ich mich da? Irre ich mich da? Hm. Weiß nicht. Jawoll. Dusty, wir brauchen nicht sofort. Das Feuer ist außer Kontrolle hier. Du musst es löschen, bevor es uns erreicht. Okay, machen wir das doch mal. Aber... Ja, hier. Warum haben wir den Jetstream gerade nicht mitgenommen? Wir sind direkt durchgeflogen. Das kapiere ich gerade nicht. Hm, hm, hm. Komische Sache. Aber zuerst müssen wir wieder Wasser auffüllen. Richtig, weil... Nicht, dass wir da jetzt hinfliegen, ohne Wasser zu haben. Das bringt es dann irgendwie dann auch nicht. Weil die brauchen ja Schnellhilfe. Das heißt, wir sind so besser bedient, wenn wir es zuerst wieder auffüllen lassen. Beziehungsweise selber auffüllen. Weil uns hilft hier keiner sozusagen deutlich mit. Sie geben uns Warnweisungen, aber das war's dann auch. Hm. Schade, Schokolade. Okay, da vorne hat es schon mal angefangen. Ich hatte mir gerade voll erschreckt, dass plötzlich das Feuer schon da war. Komm hier! Hm. Da. Hier. Ja, okay, wir brauchen nochmal eine Fuhre. Nehmen wir den Jetstream doch gleich mal mit. Hätten wir den zweiten mitgenommen, wären wir im Nu da gewesen. Aber ja gut, einer ist besser als keiner. Und wieder voll aufgeladen. Aber komm, jetzt nehmen wir zwei mit. Jetzt nehmen wir zwei Jetstreams mit. Das nehme ich mir... Das setze ich mir so als Aufgabe jetzt. Ersten verpasst. Zweiten mitgenommen. Und... Ja, okay, einer haben wir mitgenommen. Wie gesagt, einer ist besser als keiner. Also passt schon. Hui. Hui. Jawohl, geniale Leistung. Und was jetzt? Basis an alle Flugzeuge. Wir haben Hinweise zu liegen gebliebenen Wanderern im Augerinnen. Kennt ihr? Kann jemand mal nachschauen? Bin schon unterwegs. Rette die eingeschlossenen Camper. Oh, Camper. Camper, Camper, Camper. Die will... Ja, also in Spielen will sie zumindest keine haben. Aber wir sehen das jetzt einfach mal als Simulation an. Also ist es für mich kein Spiel mehr. Wobei, es ist eigentlich ein Actionspiel. Ihr seht so aus, als könntet ihr ein wenig Hilfe brauchen. Zeitlich Feuerspringer zu rufen. Aber zuerst will ich hier mal etwas eindämmen vom Feuer. Hui. Und nochmal. Hui. Jawohl. Und Cubby rufen. Was legen wir da eigentlich immer ab? Man weiß es nicht. Aber ich denke, das ist so ein Rauchsignal sozusagen. Sieht aus wie irgendwie eine Ladung TNT. Aber das bringt es dann irgendwie auch nicht, wenn man welchen helfen will. Dass man da dann TNT platziert, oder Leute? Weiß ich nicht. Immer in der richtigen Zeit. Bäm. 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 Immer wenn es grün leuchtet, habe ich zur richtigen Zeit gedrückt. Man muss immer drücken, wenn die zwei Pfeile zueinander zeigen. Ansonsten geht es halt immer langsamer. Aber es bewegt sich ja trotzdem. Und jetzt räumen wir den Schutt nochmal weg. Jawohl. Brumm, 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 brumm. Vorwärts. Komm, das Ganze schneller. Mit Sicherheit. Gut. Schlechte Nachrichten, Leute. Das Feuer hat sich ausgebreitet zur Nordmine. Wir müssen uns beeilen. Wo ist die Nordmine? Da hinten? Okay. Erstmal wieder Wasserquellen finden. Ja, da drüben, oder? Gut, hier. Können wir es auf dem Weg dahin noch kurz wieder aufwählen? Das ist kein Lagerfeuer. Hört mal, Leute. Wir müssen diese Feuer löschen. Und zwar sofort. Wir können uns... Äh, wir können das übernehmen. Okay, vorwärts. Puh, das sieht schlecht aus. Aber wir haben ja direkt die Wasserquelle vor unserer Nase. Das heißt, passt schon. Müssen wir uns halt etwas anstrengen. Aber das... Das geht schon. Das geht schon, klar. Hier unten. Äh, ab hier losfahren. Genau, hier. Zweite gelöscht. Dritte gelöscht. Und hier vorne nochmal. Ist immer kleiner geworden. Wir haben jetzt noch zwei richtige Feuer zu bekämpfen. Ich hoffe mal, die entfachen kein drittes mehr. Weil dann ist es eigentlich ganz easygoing. Sozusagen. Jetstreams wären gut, um uns wieder schnell dahin zu... Ja, hinzupflanzen. Aber... Gut, wenn man sie nicht kriegt, dann kriegt man sie nicht. Und ich... Bei meinem Skill muss ich das gar nicht versuchen. Komm, hier. Genau, haben wir die gelöscht. Und ist hier vorne auch noch. Genau. Gute Sache. Basis, hier ist Kropoppa. Das Feuer bei der Nordmine ist gelöscht. Großartige Arbeit. Wir haben Hinweise zu eingeschlossenen Rehen in diesem Gebiet. Flieg mal hin und überprüft das. Und noch mehr. Echt? Ach so, andere Seite. Zuerst sollten wir wieder unser Wasser auffüllen. Unsere Wassertanks. Damit wir auch für das Feuer, das dort wütet, gewappnet sind. Und auf dahin. Mit den Jetstreams los. Ja, jetzt gibt's die wieder. Ich freu mich. Ich freu mich wirklich. Aber ich hab die echt irgendwie vermisst. Hier nicht? So, ich schon. Okay, und hier? Jawohl. Und auf geht's. Verwende Blade, um die Rehe zu retten. Wir haben ordentlich Einsatzherzen noch. Das heißt, wir hätten hier mega viel falsch machen können und hätten trotzdem bestanden. Aber wenn man's ohne Fehler macht, ist es natürlich noch besser. Okay, komm. Wohin müssen die Rehe gebracht werden? Man weiß es nicht, aber ich denke... ...auf jeden Fall weg von ihr. Weil hier kann das Feuer bald wieder ausbrechen. Und das ist dann nicht allzu gut. Andere Richtung drehen, genau. Aber die müssen weit weg gebracht werden, oder? Ja, schon etwas. Ist schon ein bisschen was. Aber ich glaub, die Jetstreams sind allgemein immer nur für die Flugzeuge. Also für die... ...Flugzeuge und nicht für die Helikon... ...für die... ...Helis gedacht. Für die Hubschrauber. Weil... Ja, das bringt ja nichts, wenn man hier zum Jetstream durchfliegt, ne? Der würde uns eher nach oben pusten, anstatt dass der uns nach vorne bringt. Komm, den zweiten auch schon mal schnell... ...ääh... ...auch noch schnell schnappen. Komm. Jawohl. Schnell, schnell, schnell. Sonst verlieren wir ein Einsatzherz. Und das ist gar nicht gut. Das ist echt gar nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Es ist schon im roten Bereich. Oben links könnt ihr sehen, wenn die Anzeige voll ist... ...dann gibt's ein Einsatzherz abgezogen. Jetzt blinkt sie schon. Gefährlich. Runterlassen. Schnell. Ja, gut, gut, gut. Schnell, schnell, schnell. Jawohl. Grad so geschafft. Wir haben Hinweise über ein Feuer bei der Südmine erhalten. Die Flammen breiten sich schnell aus, als du blinken kannst. Machen wir lieber mit dem hier, weil der ist, glaube ich, näher dran. Hier dann können wir ja eigentlich auch mitten nachfliegen, aber... ...ich denke erstmal, dass wir mit dem hier besser bedient sind. Als Recht hat er ja auch präziser was ablassen kann. Hoi. 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 Und hier? Genau, zwei auf einmal und der letzte noch. Gut. Ja, passt doch. Wir hätten mit Blade eigentlich ziemlich viel machen können. Hätten alles nicht mit... ...mit Crop Hopper machen müssen. Aber gut. Jetzt haben wir es halt so gemacht. Passt auch schon. Wir haben es ja bis jetzt geschafft. Und jetzt machen wir halt den Rest noch mit Blade. Wie. Wieder hat sie einen Wasserspiegel gehört. Crop Hopper an Basis. Das Feuer, der an der Südmine ist gelöscht. Jubel. Cheers. Warte, ich muss an... Wuhu, wuhu, wuhu. Ja, okay, das war schon eher. Aber ich glaube, das hat sich gerade extrem übersteuert. Sorry dafür. Sieht so aus, als war es das letzte Feuer. Ich habe euch noch nie so gut zusammenarbeiten gesehen. Lasst uns zurück zur Basis fliegen und feiern. Ja, dann ab zurück zur Basis, oder? Ja, steht ja nichts im Weg. Das war eigentlich näher daran. Ich glaube erstmal, dass... Ich glaube, Blade war näher dran, aber egal. Fliegen wir halt den weiteren Weg. Macht auch nicht allzu viel aus. Das ist eines der gefährlichsten Feuer gewesen, die ich je im Park gesehen habe. Es war schnell, unvorhersehbar und ausdauernd. Aber ihr habt es alle wie richtige Champions gemeistert. Besonders du, Crop-Hopper. Ganz einfach, weil er ein Champion ist. Jungs, Jungs, wir bringen alle unsere ganz eigenen Fähigkeiten ins Team ein. Wir sind alle Champions. Ich hätte es nicht besser sagen können. Es ist schon eine Menge Mut nötig, um das zu tun, wofür wir gerufen werden. Und ich sehe, wie sehr ihr euch alle einsetzt. Lasst uns jetzt erstmal entspannen. Es dauert bestimmt nicht lange, bis wir schon zum nächsten Einsatz gerufen werden. Wieder nur Bronze. Okay, Leute. Ich würde dann sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Lasst doch einen Daumen nach oben, da um mich zu unterstützen und ein Abo. Ja, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns. See you, Leute. Euer Feuerstachel. Und haut rein. Ciao.